Wenn investieren, dann in Betongold. So sieht es zumindest Hannes Tischer. Er ist Sachverständiger für die Bewertung von Grundstücken und Gebäuden. In Cottbus ist er stellvertretender Vorsitzender des Gutachterausschusses. Aus dem neuen Grundstücksmarktbericht von 2018 geht hervor, dass die Grundstückspreise in Cottbus immer weiter steigen. Eine Ausnahme bilden nur die Acker- und Grünflächen. Die sind etwas billiger geworden. Ein Eigenheim ist laut Hannes Tischer also immer noch die beste Anlage. Wenn Sie als Anleger interessant am Kapitalmarkt nur noch 1% Zinsen kriegen oder vielleicht gar keine mehr. Es gibt es ja auch schon, dass Banken gar keine Zinsen ausschütten. Da sagen Sie, was mache ich denn mit meinem Geld oder dem Erbe von der Oma oder was weiß ich, andere. Oder manche haben ja auch angespart, Gott sei Dank. Und da ist die sicherste Anlage das sogenannte Betongold. Die bauen eben dann ein Haus oder kaufen ein Haus. Und da sind Sie ja auch auf die gute Seite. Das Haus kann nicht verschwinden. Im Gegensatz zu mancher Kapitalanlage. Nee, die ist dann weg unter Umständen. Aus dem jährlichen Bericht geht aber auch hervor, dass die Kaufverträge in 2018 zurückgegangen sind. Das sei aber eine landesweite Erscheinung. Allerdings sind auch die Baugenehmigungen zurückgegangen. Es gibt einfach zu wenig Bauland. Deshalb steigen aber wiederum die Bodenpreise. Für ein Ein- bis Zweifamilienhaus zahlt man in Cottbus gerade zwischen 240.000 und 250.000 Euro. Im Vergleich zu umliegenden Regionen sei das aber immer noch sehr günstig. Das ist ja nicht weit bis Dresden beispielsweise. In Dresden bezahlen Sie für ein Einfamilienhausgrundstück 520, 580 Euro auf den Quadratmeter. Was bei uns in einer ähnlich teuren Lage 100 Euro sind. Also das ist fünffache. Und in Potsdam ist das ganz genauso. Da sind ganz andere Preise im Schwanger als bei uns hier. Die beliebtesten und damit auch teuersten Gebiete in Cottbus sind immer noch Branitz und die eingemeineten Ortsteile wie Galinchen oder Kikebusch. Noch spiele der Ostsee keine große Rolle bei den Betrachtungen des Gutachterausschusses. Wenn aber die Seeachse ausgebaut ist, könnte sich das schnell ändern. Grundstücke in Wasserlage seien immer deutlich teurer.